Wir können nicht nachvollziehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle an ihrer Arbeit gehindert werden oder gar festgenommen werden. Das ist mit Blick auf die Pressefreiheit nach unserer Auffassung ein absolut nicht nachvollziehbarer Vorgang. Weder in der Gegenwart noch in der Zukunft zu glauben, dass Deutschland oder auch deutsche Medien Einfluss nehmen wollen auf solche innenpolitischen Entwicklungen oder sie gar initiieren wollen. Das ist weder die Aufgabe eines Presseorgans oder eines Mediums wie der Deutschen Welle, das wird dort auch nicht getan. Nie разu, niggde, nie w отношении одного средstum maßweich informatie, die hier in uns представлены, aus Europa, aus anderen Ländern, wir nie примenяли каких-либо ограничительных мер. Доступ ist повсюду. Про то, что кого-то из Deutsche Welle arreztовывали, я не слышал.